Ja, willkommen bei Ein Sessel Buntes, der Funk-Rundanstalt der Neuland-Rebellen. Heute mit einer kleinen Episode und in der beschäftigen wir uns mit Alena Wesbrot-Ich-Es des Lied-Ich-Singen-Bücks vom Deutschen Ethikrat. Bevor wir das tun, sie hat vor kurzem auf phoenix ein ziemlich vielsagendes Interview gegeben, aber bevor wir das tun, wollen wir uns mal so ein bisschen den Ethikrat angucken. Zumindest ganz schnell einen Blick drauf werfen, was durchaus auch problematisch ist bei diesem Ethikrat. Und da kommen wir zum Beispiel auf die Tatsache zu sprechen, dass der Ethikrat von der Regierung bezahlt wird mit jährlich 1,7 Millionen Euro für Mitarbeiter, für Miete, für Berichte, Fachleute und für Aufwandsentschädigungen. Das ist auf der Seite des Ethikrats selbst zu finden. Aufwandsentschädigung heißt, die Mitglieder geben bei ihrer Arbeit für den Ethikrat Geld aus. Dafür bekommen sie einen festen Betrag zurück, wenn sie an einer Sitzung teilgenommen haben. Gut, was das jetzt bedeutet, wie hoch der feste Betrag ist, kann ich im Moment nicht sagen. Ja, ist ein bisschen schwammig formuliert, aber lassen wir einfach mal so stehen. Kritik gab es auch in der Vergangenheit immer wieder im Ethikrat. Zum einen wegen der Besetzung, die vornehmlich aus religiöser Weltsicht besteht und nicht religiöse Bevölkerungsgruppen faktisch so gut wie gar nicht mit einbezieht. Ich glaube, ein Mitglied hat keine religiöse Weltsicht, ja, der Rest dann aber schon. Darüber hinaus werden 50 Prozent der Mitglieder des Ethikrates direkt von der Bundesregierung gestellt. Und ja, das ist natürlich nicht unproblematisch. Es führt zumindest nicht unbedingt zu einer kompletten Unabhängigkeit. Wie auch, denn da ist doch relativ viel Geld im Spiel und die Leute, die halt dort sitzen, sind eben auch gern gesehen von der Bundesregierung. Das einfach mal dazu. Und dann haben wir natürlich noch das andere Problem. Das ganz aktuelle Christoph Lüttke, an den erinnern sich wahrscheinlich die Zuschauer noch im Bayerischen Ethikrat, der ja die Lockdown-Maßnahmen für überzogen hielt und der auch Kritik an der Orientierung an Inzidenzwerten geäußert hat. Und zack, war er dann auch schon raus aus dem Bayerischen Ethikrat. Das mochte Söder nicht so gerne haben. Und ja, es ist, es spricht im Grunde genommen schon eine ziemlich deutliche Sprache, dass es beim Ethikrat eben auch so zugeht wie vielleicht beim RKI, was ja auch eine staatliche Behörde ist. Auch da kommt es drauf an, ja, wer was sagt beziehungsweise nicht sagt und was genehm ist und nicht genehm ist. Und entweder bleibt er dann oder kann, darf gehen. Gut, kommen wir jetzt zu dem Interview, das Lena Büx auf phoenix gegeben hat. Das komplette Video verlinke ich natürlich unter dem Video. Ich habe hier einen Auszug genommen und da hören wir jetzt mal rein. Ja, zunächst mal ganz kurz. Was ist der Deutsche Ethikrat? Der Deutsche Ethikrat ist ein unabhängiges Expertengremium. Wir sollen die öffentlichen Debatten zu ethischen Fragen informieren und befördern. Und die Politik kann uns Aufträge erteilen oder Anfragen stellen. Wir wählen uns aber das meiste unserer Arbeit selbst. Ja, in Anbetracht dessen, was jetzt gerade von mir gesagt und gezeigt wurde, ist das, sagen wir mal, ja, sagen wir mal, es wird das ein oder andere weggelassen. Aber gut, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Darum geht es auch hier gerade nicht primär. Sollten wir einen Impfpass einführen, der dann denjenigen, die geimpft sind, ihre Grundrechte zurückgibt? Wie, was sagt der Ethikrat? Genau, wir haben zweimal tatsächlich uns beschäftigt. Einmal sind wir auch explizit gebeten worden vom Bundesgesundheitsminister für Gesundheit, Herrn Spahn, uns mit der Immunität nach der durchgemachten Erkrankung zu beschäftigen. Das haben wir schon im letzten Sommer getan. Und jetzt kürzlich haben wir uns auf eigene Initiative noch mal angeschaut mit Blick auf die Impfung. Und wir haben, das war Anfang Februar gesagt, zu dem Zeitpunkt wusste man noch nicht gut genug, ist jemand, der geimpft ist, nicht vielleicht noch ansteckend? Da haben wir gesagt, jetzt können wir Menschen nicht, auch wenn es starke Freiheitseinschränkungen sind, einfach so daraus entlassen, wenn sie geimpft sind, wenn die Pandemie noch so stark ist, weil wir uns dann den ganzen Erfolg kaputt machen. Das ist sehr interessant eigentlich. Der Ansatz ist natürlich tatsächlich einer, der bisher nicht unbedingt im Vordergrund stand. Bisher war ja die Frage, kann man nicht Geimpften die Grundrechte entziehen, auch weiterhin entziehen? Im Übrigen für mich eine hoch ethische Frage, der sich aber offensichtlich der Ethikrat gar nicht weiter genähert hat. Scheint also da nicht weiter interessant zu sein, von wegen Pandemie, Stimmung. Und dementsprechend kann man sowieso die Grundrechte erstmal alle in die Tonne treten, das ist ja so. Also das muss man daraus schließen. Und ja, dann die Tatsache, dass sie sagt, okay, man kann Geimpften die Grundrechte nicht ohne weiteres wieder zurückgeben, solange nicht klar ist, ob sie ansteckbar sind oder inwieweit denn tatsächlich die Impfung auch wirklich Schutz bietet. Das ist schon ein ziemlicher Kracher, muss ich sagen, weil zum einen berücksichtigt sie dabei natürlich die Ungeimpften erstmal überhaupt nicht. Das macht sie dann später, darauf kommen wir dann gleich. Und zum anderen nimmt sie ja schon eine Zweiklassengesellschaftsteilung vor, indem sie von Geimpften und Nicht-Geimpften spricht. Und jetzt eben auch betont, dass die Geimpften nicht privilegiert behandelt werden können oder sollen. Sprich, dass sie auch ihre Grundrechte nicht zurückbekommen sollen. Denn Privilegien und Grundrechte, das wird ja schon seit langem synonym verwendet. Darf ich mal kurz einhaken? Inzwischen gibt es ja starke Indizien aus Israel zum Beispiel, dass diejenigen, die geimpft sind, entweder gar nicht mehr infektiös sind oder zumindest deutlich weniger infektiös. Ist das jetzt ein Argument, okay, der Impfpass und damit verbunden die Rückgabe der Rechte hat was für sich? Ja, das haben wir im Papier auch angelegt. Wir wussten ja, dass sich das in die eine oder andere Richtung entwickeln kann und haben gesagt, je sicherer es ist, dass Geimpfte nicht mehr das Virus weitergeben können, desto eher ist es bedenkenswert und irgendwann dann auch geboten, dass man die starken staatlichen Freiheitsbeschränkungen aufhebt. Aber? Aber, das wird nicht das Erste aber sein, dass wir von Frau Büx heute hören. Dann muss man aus ethischer Perspektive darauf aufpassen, dass das möglichst gerecht passiert, dass das nicht zu so einer Spaltung führt von den Ungeimpften, die einen doppelten Nachteil haben. Sie sind nicht geschützt durch die Impfung und sie dürfen weniger. Und den Geimpften, die einen doppelten Vorteil haben. Sie sind geschützt und sie dürfen mehr. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und eine ganz wesentliche wäre natürlich, dass man sagt, die, die noch nicht geimpft wurden, denen gibt man die Möglichkeit, mit Tests den gleichen Zugang zu bekommen wie die, die schon geimpft sind. Okay, also wer sich nicht impfen lassen möchte, aus welchen Gründen auch immer, der muss, um am normalen Leben teilnehmen zu können, mindestens einen Test machen. Das erleben wir jetzt ja auch schon. Wir können also im normalen Einzelhandel nur noch einkaufen, wenn wir einen Test vorlegen beziehungsweise wenn wir uns dann rechtzeitig anmelden und dann eben ein Testergebnis vorlegen. Das ist natürlich ohnehin schon bedenklich, verfassungsrechtlich bedenklich und meiner Meinung nach auch ethisch höchst bedenklich. Sie klammert es aus. Es spielt offensichtlich für sie keine Rolle. Im Gegenteil, es geht sogar noch weiter in dieselbe Richtung. Also nur zur Verdeutlichung. Man würde dann unter Umständen sagen, Geimpfte, Genesene, also die, die die Krankheit schon durchgemacht haben und Getestete, die stelle ich auf eine Stufe und denen kann ich dann bestimmte Rechte zurückgeben. Zum Beispiel heute Abend kann ich dieses Restaurant besuchen oder ich darf einen Tanztee im Altenheim machen und irgendwann bekommen die alle Rechte zurück. Im Prinzip geht es darum, dass man möglichst viel Zugang erlaubt. Und da ist es bei den Genesenen, deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig, noch ein bisschen unklar, wie lange man das sagen könnte. Also drei Monate, sechs Monate, solche Fragen müssen alle geklärt werden. Und natürlich muss das mit den Tests wirklich gut funktionieren. Und man bräuchte irgendeine Methode, das dann nachzuweisen. Ideal wäre natürlich, sagen wir mal, eine App, die alle drei Sachen kann. Ja, es ist natürlich komplett realitätsfern. Und wie man auf sowas kommen kann, also insbesondere, wenn man bedenkt, dass selbst wenn alles optimal läuft, was ja sowieso, wovon wir ja meilenweit entfernt sind, wir werden natürlich auch in Zukunft falsch positive Testergebnisse haben. Und wir werden natürlich auch in Zukunft das Problem haben, bis auf weiteres, dass die Wirksamkeit der Impfung oder auch die Dauer der Wirksamkeit der Impfung, wenn es denn überhaupt eine Wirksamkeit gibt, problematisch ist. Das heißt also, wenn ich die Frau Büx hier richtig verstehe, dann müssen im Grunde genommen, ja weiß ich nicht, vielleicht so wie, ja so quartalsmäßig die Grundrechte neu beantragt werden, mit irgendwelchen Fragebogen und Testergebnissen oder Impfnachweisen oder so. Also ich weiß wirklich nicht, was das noch mit ethischem Denken zu tun haben soll. Keine Ahnung, erschließe ich mir nicht. Aber im Prinzip läuft das tatsächlich darauf hinaus, dass man sagt, nicht nur die Geimpften, sondern eben auch die vielleicht für zwölf Stunden in Anführungszeichen freigetestet sind und diejenigen, die genesen sind, können alle beispielsweise eine Veranstaltung besuchen, ein Restaurant besuchen. Da gibt es ja auch schon tatsächlich die ersten Projekte. Ich würde noch mal gerne auf den Impfpass zurückkommen. Da haben wir ja einige Argumente zusammengetragen, die eher pro Impfpass gesprochen haben. Es gibt aber auch gravierende Gegenargumente. Zum Beispiel, dass ein Impfpass, der denjenigen, die geimpft sind, Rechte zurückgibt, so was wie einen indirekten Impfzwang ausübt. Ja, das ist eine wirklich wichtige Frage. Es gibt nämlich zwei Probleme. Das eine sind diese Gerechtigkeits- und Gleichbehandlungsfragen, über die wir eben sprachen. Das zweite ist, dass sich Leute Sorgen machen, dass das durch die Hintertür bedeutet, irgendwann kann ich als jemand, der nicht geimpft ist, gar nichts mehr machen und gar nicht mehr teilhaben. Und da haben wir klipp und klar gesagt, also die basalen Bereiche einer Teilhabe an einem gleichberechtigten Leben, die müssen allen möglich gemacht werden. Also man muss sie sich angucken. Zuckersüß, oder? Also basale Bereiche bedeutet nichts anderes als Bereiche, die sozusagen die Basis des Lebens ausmachen. Also öffentlicher Nahverkehr, Einkaufen etc. Das versteht sie unter basalen Bereichen, während hingegen das Konzert oder der Kinobesuch nicht, zumindest interpretiere ich das so, und man kann es eigentlich nicht anders interpretieren, nicht zu diesen basalen Bereichen gehört. Allein die Verwendung des Begriffs basal ist natürlich schon verschleiernd, weil sie damit letztlich sagt, dass alles, was über eine grundsätzliche Versorgung oder was über grundsätzliche Aktivitäten hinausgeht für nicht Geimpfte oder nicht negativ Getestete schlicht und ergreifend nicht mehr möglich sein wird. Und auch auf Nachfrage, die kommt jetzt vom Moderator gleich nochmal, spricht sie davon, was möglich ist, spricht aber sicherlich ganz bewusst nicht davon, was dann eben nicht möglich sein wird. Aber wenn es einen Anreiz gibt, sich impfen zu lassen, weil man aufs Konzert kann wieder, weil man einfach viele, viele Dinge machen kann, die viel Spaß machen, dann ist das als solches nicht problematisch. Tja, es ist Wahnsinn. Gut, wenn ich also in Gänze wieder am gesellschaftlichen, am kulturellen, am Freizeitleben teilnehmen möchte, dann geht das faktisch nur, wenn ich entweder geimpft bin oder negativ getestet bin. Das nennt sich dann Anreize. Ich weiß ja nicht, wie die Zuschauer das sehen, aber natürlich ist das ein Impfzwang durch die Hintertür. Wenn man das Anreize nennt, ändert das nichts an dem Druck, der logischerweise ausgeübt und aufgebaut wird und immer stärker dann eben auch ausgebaut wird, auf jeden, der im Grunde genommen ein mehr oder weniger stinknormales Leben führen möchte. Anreize also. Man muss nur darauf achten, dass diejenigen, die sich nie werden impfen können oder die sich noch nicht impfen können, beispielsweise Kinder und Jugendliche, das ist ja eine Gruppe, für die haben wir noch gar keine Impfung, dass die nicht von diesen basalen Bereichen der Lebensführung ausgeschlossen werden. Das müssen Sie vielleicht erklären, was dieser Begriff bedeutet. Also man muss eben aufpassen, dass so etwas zum Beispiel wie öffentlicher Nahverkehr, wo ich aus dem einen Dorf wirklich nur die eine Möglichkeit habe, öffentlich in die Stadt zu kommen und so. Das sind einfach Bereiche, auf die Menschen wirklich zentral angewiesen sind in ihrer Lebensführung. Da muss man wirklich Sorge dafür tragen, dass man da nicht ganze Gruppen ausschließt, die sich eben nicht impfen können oder auch nicht impfen wollen. Jetzt kommt wieder Aber. Aber bevor dieses Aber kommt, auch das sollte man sich noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie sagt also zum Beispiel für Kinder und Jugendliche, für die noch gar nicht feststeht, ob sie sich impfen lassen können und überhaupt, auch für die dürfen die basalen Bereiche nicht eingeschränkt werden. Das heißt aber natürlich de facto dann eben auch, also die Kids dürfen zwar mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bis zum Bahnhof fahren und sich in der Stadt absetzen lassen, aber an kulturellen Veranstaltungen, Disco, Restaurant, Kneipe oder was auch immer, werden sie dann eben nicht teilnehmen können, weil das ja über den basalen Bereich hinausgeht. Und das wohlgemerkt, obwohl es ihrer Argumentation folgend für diese Kids dann in dem Moment, in dieser Situation, die sie beschreibt, noch nicht mal die Möglichkeit gibt, sich impfen zu lassen. Wow! Aber! Aber diejenigen, die sich nicht impfen wollen, obwohl sie es könnten, also für die das eine individuelle Entscheidung wird, die werden, glaube ich, nicht sagen können, ich werde jetzt hier mit der Knute gezwungen, mich impfen zu lassen, sondern die entscheiden sich dann letztlich, wenn es für alle möglich ist, einfach bestimmte Dinge dann nicht machen zu können oder nur machen zu können, wenn sie sich testen lassen. Ja, genau. Die entscheiden sich freiwillig, unfreiwillig auf bestimmte Dinge verzichten zu müssen und können sich dann einreden, ja, es ist meine freiwillige Entscheidung, auf das normale Leben zu verzichten. Ich fühle mich unglaublich frei mit dieser Entscheidung und es ist ja meine persönliche, individuelle Entscheidung. Und dass ich auch noch die Möglichkeit erhalte, dann auf das normale Leben zu verzichten, wenn ich mich dagegen entscheide, das ist doch eine Wucht, das ist doch wirklich prima, oder? Da haben Sie ja gerade gesagt, das ist eher Motivation und nicht ein indirekter Impfzwang. Ich drehe das jetzt mal um. Wäre denn eine Impfpflicht angesichts der Größe und der Dramatik dieser Pandemie überhaupt falsch? Also zur Erklärung, es gibt ja durchaus in anderen Bereichen eine Impfpflicht, zum Beispiel bei den Masern für Beschäftigte im Gesundheitswesen, für Erzieherinnen. Und sie kriegen auch keinen Kita-Platz für ihr Kind, weil da müssen sie die Impfung nachweisen. Ja, der Vergleich hinkt natürlich komplett, aber okay, das können wir ja nur ganz kurz streifen. Natürlich kann man eine Masern-Impfung, die viele, viele Jahre lang Zeit zur Entwicklung hatte und zur Testung hatte und dementsprechend alle vier Entwicklungsphasen durchlaufen hat, überhaupt nicht ansatzweise mit einer Covid-19-Impfung vergleichen. Die, und da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, die natürlich nicht dieses komplette Verfahren durchlaufen hat und dementsprechend deutlich unsicherer ist. Aber das nur fürs Protokoll. Also warum nicht auch bei Corona? Ich bin sehr dankbar, dass Sie da nachfragen, weil man da den Unterschied zwischen solchen indirekten Anreizen, um die man aber immer noch herumkommt, sehr schön sehen kann und Impfpflichten. Die sind ja dann rechtlich festgelegt, da gibt es Sanktionen. Also bei den Masern muss man zum Beispiel Geld bezahlen, wenn man das nicht, wenn man sein Kind nicht impfen lässt. Eine Sanktion ist selbstverständlich auch nicht am Leben teilnehmen zu können, das über den basalen Bereich hinausgeht. Natürlich ist das eine Sanktion. Also bitte. Das ist wirklich eine andere Situation. Wir haben für die Corona-Impfungen eine allgemeine Impfpflicht ausgeschlossen. Da gibt es verschiedene Gründe. Einmal haben wir gesagt, das sollte, wenn möglich, immer auf der informierten Einwilligung beruhen. Aber zweitens haben wir ja auch eine ganz, ganz unterschiedliche Risikoverteilung in der Bevölkerung. Und wir haben gesagt, nur dann, wenn es wirklich sicher wäre, dass Geimpfte nicht mehr ansteckend sind. Das ist die erste Voraussetzung. Da bewegen wir uns ja so langsam hin. Und wenn es keine andere Möglichkeit gäbe, bestimmte ganz verletzliche Gruppen zu schützen, könnte man für bestimmte Berufe über eine Impfpflicht nachdenken. Es gibt aber andere Möglichkeiten, diese sehr vulnerablen Menschen zu schützen. Und deswegen glaube ich, also von der allgemeinen Impfpflicht sowieso, das halte ich ganz klar für etwas, was wir hoffentlich nicht brauchen werden, aber was wir auch aus ethischer Perspektive tatsächlich klar ausgeschlossen haben. Ich glaube aber auch, dass selbst diese eingeschränkte berufsbezogene Impfpflicht nicht notwendig sein wird. Ja, zumindest dann nicht, wenn man nicht am gesellschaftlichen Leben teilhaben möchte. Also sie hat der Politik durchaus den Ball zugerollt, dass der Ethikrat grundsätzlich sich nicht für eine Impfpflicht ausspricht, aber letztlich eben auch nicht ausschließt, wenn es keine anderen Möglichkeiten mehr gibt. Und damit ist die Bundesregierung ja immer sehr schnell zu behaupten, es gebe keine andere Möglichkeit, dann also womöglich sogar doch eine Impfpflicht zu gestatten. Das war schon sehr, sehr um die Ecke formuliert. Aber man muss feststellen, ja, das kann man durchaus so raushören. Und wäre ich ein Markus Söder oder Karchen Lauterbach, würde ich diese Steilvorlage wahrscheinlich auch bei der nächsten Gelegenheit, die sich mir bietet, aufnehmen und mich dann sogar beziehen auf den Ethikrat. Noch mal zu dieser schwierigen Abwägung zwischen verschiedenen Grundrechten. Es gibt ja den Vorwurf, dass man das Recht vor allem der älteren Generation auf Gesundheit in der Abwägung der letzten Monate sehr hoch gewertet hat, weil da sind sehr, sehr viele Wähler. Auf der anderen Seite ist das Recht der Bildung von Kindern und Jugendlichen und die dürfen überhaupt nicht wählen. Gibt es da eine Schieflage? Da spreche ich jetzt nicht als Vorsitzende des Ethikrates. Dazu haben wir keine Position formuliert. Aber da spreche ich jetzt mal als Mutter. Es ist schon sehr frustrierend und auch ethisch problematisch, dass wir ein Jahr in der Pandemie immer noch nicht gute Konzepte haben, wie Kinder sicher in der Schule im Präsenzunterricht sein können. Dass da auch nicht sehr viel mehr mit Blick auf Digitalisierung des Unterrichtes passiert ist. Das kann ich sehr nachvollziehen, dass das viele Eltern und viele Kinder und Jugendliche extrem frustrierend finden. Gleichzeitig muss man sagen, dass es beim Gesundheitsschutz nicht nur um die alten Menschen ging. Bei einer Überlastung des Gesundheitssystems sind ja alle betroffen. Das heißt, wenn ich dann vor den Baum fahre mit meinem Mountainbike, dann habe ich auch ein Problem, weil ich nicht mehr versorgt werden kann. Also das ist ganz unabhängig vom Alter, das ist ganz unabhängig von bestimmten Charakteristika der Menschen, die da betroffen sind. Da schützt man einfach eine Institution, die für uns alle essentiell ist. Dennoch, ich kann den Unmut sehr, sehr gut verstehen, was Schule und Bildung anbelangt. Und da muss ich sagen, also das ist ja Ländersache, da würde ich mir auch noch sehr, sehr viel mehr wünschen. Ja, auch hier hat sie natürlich die Frage umschifft, was mit dem Recht auf Bildung denn jetzt eigentlich passiert ist. Dass das Recht auf Bildung faktisch ausgehebelt worden ist. Und da dann zu argumentieren, naja, das sei ja Ländersache und da müsste auch mehr für die Digitalisierung gemacht werden und so weiter und so fort. Das hat natürlich alles, das sind Nebenkriegsschauplätze, die nichts damit zu tun haben, dass das Recht auf Bildung seit einem Jahr Kindern faktisch komplett verwehrt wird. Und man darf auch nicht unterschätzen in diesem Zusammenhang. Und auch das wäre für mich eine ethische Frage gewesen. Also ich weiß gar nicht, über welche ethischen Fragen diese Frau überhaupt gesprochen hat in dieser Sendung, ehrlich gesagt. Eine ethische Frage wäre tatsächlich auch gewesen, was macht das mit Kindern, wenn sie sich, wenn sie in der Schule Masken tragen müssen, wenn sie sich jetzt auch testen lassen müssen, wenn sie sich quasi öffentlich in der Schule vor allen anderen Kindern ohne ärztliche Aufsicht testen lassen müssen, womöglich dann im Falle eines positiven Tests, selbst das soll schon durchaus diskutiert worden sein, dann die Positiven auf dem Schulhof versammeln müssen, bevor sie dann nach Hause und in Quarantäne gehen. Was macht das mit Kindern? Weil die psychologisch-pädagogische Sicht mal ganz abgesehen davon, dass das Recht auf Bildung ein Grundrecht ist und wie so viele andere Grundrechte der Pandemie geopfert wird und mit Füßen getreten wird und dementsprechend die Auswirkungen, die diese Grundrechtseliminierung, muss man da schon sagen, auf die betroffenen Personengruppen, Bevölkerungsgruppen haben, da macht man sich überhaupt kein Bild, das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen. Ja, in diesem Sinne, Alina Büx ist für mich ganz schlimmer Finger. Sie bringt es auch immer wieder fertig, das Ganze wirklich so butterweich und zuckersüß rüberzubringen und rhetorisch natürlich auch sehr geschickt zu formulieren, dass man eigentlich denkt, ach, die meint es ja eigentlich gut. Und die meint es gut mit denen, die sie jedes Jahr bezahlen. Und das ist die Bundesregierung. Und das soll natürlich auch so bleiben. Und sicherlich hat auch die erste Vorsitzende des Deutschen Ethikrats kein großes Interesse daran, ihren Platz zu räumen, wie es zum Beispiel der Herr Lüthke machen musste, weil er halt eine abweichende Meinung formuliert hat. Ja, hört der Alina Büx gerne in Zukunft zu, hört ihr möglichst genau zu, achtet genau drauf, was sie wie sagt und insbesondere, was sie nicht sagt. Und ja, abschließend vielleicht noch, ist wirklich sehr zu empfehlen bei dem, was Frau Büx von sich gibt, immer selbst die Frage im Hinterkopf zu haben, okay, was hat das jetzt mit ethischen Gesichtspunkten zu tun, was die Frau mir da gerade erzählt. Denn häufig lautet die Antwort nüscht. Gornix. In diesem Sinne, schönen Abend. Gornix. 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 Gornix.